Jakub Kivior gehört aktuell zu den heiß diskutierten Personalien in der Gerüchteküche. Unter anderem sollen aus der Bundesliga neben Eintracht Frankfurt auch RB Leipzig und der BVB Interesse am 22-jährigen Polen zeigen. Was wir wissen, Eintracht Frankfurt wird sich im Sommer zwangsläufig vom ein oder anderen Leistungsträger trennen müssen. Einer davon wird wohl Evan Ndika sein. Der Franzose gehört zu den besten Verteidigern im Kader und wird entsprechend ersetzt werden müssen. Natürlich hat man mit Smolcic bereits einen vermeintlichen Nachfolger für Ndika im Kader. Nichtsdestotrotz wäre es nicht die allerschlechteste Idee, vielleicht trotzdem noch einen weiteren Spieler zu holen, der qualitativ noch eine Schippe drauflegen kann. Außerdem macht es natürlich auch Sinn, weiterhin doppelt besetzt zu sein. Denn voraussichtlich wird man ja auch in der kommenden Spielzeit international wieder mit dabei sein. Jakub Kivior wäre definitiv ein spannender Spieler für Eintracht Frankfurt. Er verfügt über ein extrem hohes Potenzial und hat seine Defensivfähigkeiten unter anderem auch bei der WM unter Beweis stellen können. Zu seinen Spezialitäten gehört vor allem auch mal eine gut getimte Grätsche auszupacken. Außerdem kann der Defensiv flexibel eingesetzt werden. Neben der Innenverteidigung kann er auch als Sechser oder als Linksverteidiger auflaufen. Und dadurch, dass er Linksfuß ist, wäre er natürlich auch ein prädestinierter Nachfolger für Evan Ndika. Klar ist aber auch, dass Kivior potenziell viel kosten könnte. Bei einem Marktwert von 8 Millionen Euro und Vertrag bis 2025 dürfte er um die 15 Millionen Euro kosten. Manche Medien rechnen sogar mit 20 Millionen. Und da wäre für die Eintracht trotz des Wachstums der letzten Jahre vielleicht schon die Grenze erreicht. Beziehungsweise überschritten. Vor allem dann, wenn RB Leipzig Guardiol verliert und dann ernst macht. Bei Borussia Dortmund wird das Thema wohl weniger akut sein, da ich mir nicht vorstellen kann, dass man für den vermeintlichen Innenverteidiger Nummer 4 eine relativ hohe Summe auf den Tisch legen wird. Selbstverständlich würde auch hier, wie so oft, vieles von der Teilnahme an der Champions League abhängen. Und natürlich wären solche Transfers für jede weitere Runde nochmal realistischer. Sprich, falls Frankfurt ins Viertelfinale oder gar ins Halbfinale kommen würde. Aber soweit wollen wir natürlich noch nicht denken. Erstmal muss ohnehin das Achtelfinale überstanden werden. Das wird schon hart genug. An für sich denke ich aber, dass Jakob Kivior vielleicht sogar eine der besten Lösungen für Eintracht Frankfurt wäre. Allerdings eine, für die man recht tief in die Tasche greifen müsste. Und ob die SGE dazu bereit wäre, hängt nicht zuletzt vom sportlichen Abschneiden ab. Und auch davon, wie hoch der Preis im Sommer tatsächlich wäre. Die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch, dass RB Leipzig hier aufgrund des vorsichtig ausgedrückt finanziellen Vorsprungs klar im Vorteil wäre, wenn sie denn ernst machen sollten. Aber an der Stelle gebe ich mal an euch weiter. Könnt ihr euch Jakob Kivior bei der SGE vorstellen? Und glaubt ihr, dass man bereit wäre, für einen starken Verteidiger etwas tiefer in die Tasche zu greifen? Ich bin da auf jeden Fall mal auf eure Einschätzung gespannt. Schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr keine weiteren Neuigkeiten, Transfergerüchte oder Prognosen mehr verpassen wollt, dann vergesst nicht dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen und den Kanal zu abonnieren, um immer mit einer frischen Brise Fußball-Content berieselt zu werden. In dem Sinne, macht's besser und bleibt am Ball!